Diese türkische Spezialeinheit hat sich zum Gespött des Internets gemacht. Mit einem Rambock versuchen die Soldaten abwechselnd eine Tür aufzubrechen, um eine Razzia durchzuführen. Dumm nur, dass diese Tür einfach nicht nachgeben will. Schließlich geben die Soldaten auf und klopfen einfach mal an. Und tatsächlich ein relativ ungefährlich aussehender Greis im Unterhemd öffnet, um die Herren einzulassen. Tja, das hätte man wohl auch einfacher haben können und weitaus weniger peinlich. Tja, das hätte man wohl auch einfacher.